die herr willkommen zu einer neuen folge des bettel-projekt ich habe lange nicht mehr aufgenommen deshalb bin ich schon ein bisschen besser hier mit die Axt, die Schauvel und zauberte die Spitzhacke, auch evtl. ich möchte hier jetzt meinen Haus bauen. Hier werde ich das alles im Zeitraffer sehen, aber trotzdem weh. Jetzt muss ich das Gras hier entfernen. So. Wir fangen ganz grundsätzlich an. So. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ups. Ja, das reicht nicht mal. So. Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Holz. Noch ein Stück. Okay. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr. Okay. Ich weiß nicht, was es ist mir ziemlich gut. Ich weiß nicht, was es ist mir dabei. Ich weiß, was ich nicht so gut kann. Boom. Wir fangen mit raus. Ich schnappe, was du immer noch weiß. Und wenn du, isst. Und jetzt, was du,���bo ich noch? Ja, ich denke. Ich, was du immer mehr zuieren, Ich muss nicht mehr nach, aber ich bin ja im Tag. Eigentlich. Ich glaube, das wird genau eins. Oh no, jetzt wird noch. Oh, holy shit. Oh, ich muss schnell zurück, bevor ich aufs Gleppet erschossen werde. Mein Lerbebock! Oh, das ist... Irgendjemand hat noch geschehen. Oh, Jack. Oh, das ist gut. Okay, dann gehen wir erstmal zu liegen. Dann waren wir ein bisschen zu liegen. Wenn wir mal unter dir schlafen, wollen wir... Nee, ich wusste auch noch mehr. Die auch gleich hier lassen. Nicht! Ach gut! érieur Almost zu liegen. Widerそして opinions, ob die colors geimpfte nach Kant setzen. Oh nein! Herr��� aufhör. Was ist jetzt so weit? Nein. Geht her mal zurück! Ich hab diese Pfeifen von einem. Ich hab das noch nicht verwendet. Ich hab das Pfeifen aus. Oh, ich hab das was. Ich hab das Pfeifen gebraucht. ob ich ein bisschen holen soll ich kann ja klar ja kann man kurz Oh, sieht das ja gar nicht. Vielleicht bin ich auf der Seite. Ob ich noch ein bisschen? Ja, es ist besser. Ja klar, muss eine Einzertür werden. Ist ja klar. Du musst nur hin. Du musst nur hin. Du musst nur schütteln. Du musst nur hin. Du musst nur hin. Du musst nur hin. So. So, die Endmutter haben wir hier in Feuer. Wo? 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 Da kommt ja ein riesiges Fenster hin. Oh, dann muss das ja weg. Da geht man noch zehn. Ein bisschen. Vorsichtiger. Und schon hat man keine mehr. Und schon muss man wieder weg. Ich glaube, das geht ja fix. Das kostet nix. Du musst das auch hin. Jetzt kann ich ganz aus dem Glas. Oder doch, das ist ein kleines Glas. Oh, ich dachte jetzt ein kleines Glas aus. Ich weiß nicht. Das sollte da nochmal reichen. Das sollte dann nochmal reichen. Jetzt leg ich raus. so Ich hoffe, dass ich einfach keine Sohn schläge. So. Ich kann mich nicht mehr landen. Jetzt. Ich kann das ja auch abwechselnd kommen. Hier weg. Ein Stück. Hier kann, jetzt habe ich kein Glas mehr. Dann wird das als Ohne entdecken. ich muss zurück nach hause oder gleich schafe töten keine wolle ja weg Oh. Wozu? Ja. Guten Tag. Ich habe ein Nacht, ich weiß. Was ist das? Er geht runter. Na, mein Gott! Was macht ihr? Oh mein. Schön, ich hab das. Was ich? Ich habe mir zur Unterkaufung. Oh, das ist ja... Oh, wie? Oh, wie? Ah! Ah, ich kann das. Oh, duff. Nein, merci. Nein! Oh, das war ein Hustier. Okay. Oh, das war ja. Oh, das war so. Oh, das war ja alles. Oh, das war ja. Oh, das war ja auch. Oh, das war ja auch immer. Oh, das war die Schläge. Oh, das war nicht. Oh, das war ja. Das ist das Haus der Götter. Aus der Allmächtigen. Nein! Oh. Was haben wir gerade gemacht? Egal, das war eine kleine Folge, wo ich mein Haus gebaut habe. Wenn ihr mehr Folgen möchtet, wo ich was baue, schreibt es mir in die Kommentare und dann sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.